Was mir am zweiten Semester am Kopf blieben ist, das war unser Projekt am Fachlearning. Da hat Herr Reuter die Idee für unser Semester von selber gestalten zu lassen. Wir haben hier ein Projekt gemacht über die Wigotski. Das war genau gegangen und das war alles frei über Lust, für die Wigotski zu dienen. Das Semester war auch viel mehr flott für das Bildbuch, weil es nicht die ganze Zeit über den Text gegangen ist und über die Theorie. Das Resultat von dem Semester ist der dritte Buch, wo die Entität 1 A und 1 B, die Herr Reuter als Prof hatten, und wir haben hier Projekte zusammen gesagt und an das Buch gebunden. Das Buch wird in verschiedenen Kapiteln, wo die Projekte drauf verbunden sind. Und wir haben an der Kurin ein bisschen Stachtelf gekriegt von Herr Reuter, was bei Tiefrednern ist und bei einem anderen Bund gelangt, wo die Gemeindeutgänge Probleme ansteuern. Wir haben dann auch zusammen diese Idee, wie der Buch soll hier sein und die Koffer ist auch von einer Studentin, die von uns kreiert ging. Berlin, die in ihrer Schule zu tun haben. Hier ist der Grundhaus in König, dass die Koffer alles in der Schule ist. Wir haben wirklich hiermitglied,